ja jetzt bin ich wieder an diesem punkt wo wir gerade eben abgestürzt sind beziehungsweise in der ersten folge ist irgendwie hängen geblieben das war aber nur ein bug man müsste ein bisschen länger warten als da dann wieder dialoge eingeblendet worden sind ich habe mir gedacht ich werde dieses spiel mal oder beziehungsweise diese demo jungfräulich spielen also ich habe keine ahnung was da zu sehen sein wird ich habe keine ahnung weil der text ausgeblendet wird und vorlese fehler sind natürlich inbegriffen ich hoffe das zu verzeihen doch ich habe die idee gehabt mein gott macht das mal versuche doch einfach mal die ganze sache mal völlig jungfräulich anzugehen und dass da noch keine audiodateien da sind das hat auch seinen reiz finde ich und ich lass mir irgendwas einfallen bei diesen npcs irgendwelche dialekte weiß der geier irgendwie was anzuwenden oder anzusprechen oder zu zur sprache zu bringen ich habe da irgendwie jetzt mal bock drauf so wir waren jetzt bei cortes an dieser stelle und wollten ihn mal fragen was mit der liste ist das werde ich jetzt auch mal tun ich komme von helene es geht um die neue liste du meinst wegen der liebte für das armenhausen also ich denke dass es da keine probleme gehen sollte gut ich werde mich darum kümmern ich habe nur gerade nicht unbedingt die nerven eine komplett neue liste anzufertigen meine alte vorlage ist da wohl irgendwie abhandeln gekommen ok jetzt versucht er sich zu drücken aha schreiben von cortes für den erhalten gibt das helena und sagt ihr sie soll einfach ihre liebte oben ändern gut das werde ich tun ich frage ihn auch noch mal nach der neuen kleidung woher bekomme ich denn neue kleidung dann kann ich dir nicht weiterhelfen hier aber in die armen küche und lade die erst mal in die liste eintragen sagt dass ich dich geschickt habe vielleicht wird man hier dort helfen können was mit der goldmine machen wir mal später gut also schauen wir mal ins log aha ein weiterer auf der liste ich könnte auch gleich wieder bei cortes vorbeischauen und mich von ihm auf der liste für das armenhaus eintragen zu lassen nur sollte ich das besser gleich machen ok cortes hat mir ein kurzes schreiben mitgegeben damit sollte ich die liste für die mahlzeiten bekommen und ein neuer anfangen hat sich was geändert hene konnte mir auch nicht also helene konnte mir auch nicht helfen wie ich an eine kleidung kommen ich soll aber rufus aufsuchen er befindet sich in einer der hütten tag 0 immer noch tag 0 ich soll mich in der armen küche in die liste eintragen lassen vielleicht erfahre ich dort wo ich eine kleidung finden kann gut dann werden wir mal wieder zurück zur helene gehen gute immer noch obwohl ich das eine brot gegessen habe ich werde ich dabei nicht atemlos diesen blutverlust dann schauen wir mal wieder bei helene vorbei irgendwer muss die arbeit ja machen ja die sollte ich vielleicht mal lesen vorher da habe ich die im inventar die liste ja richtig da bin ich mal gespannt was da steht so liste für das armenhaus helene der überbringer dieses schreiben soll bis auf weiteres berechtigt sein die vollen mahlzeiten des armen hauses zu empfangen setz ihn bei dir also auf die liste alles weitere bespreche ich wie üblich mit argos portes fallmanager ne das war jetzt von mir äh das war jetzt von mir eine erfindung gut dann gehen wir mal zu helene und fragen mal geben wir die liste so das ist die liste das habe ich schon gesagt das hier ist die liste von cortes ein ständiges hin und her das ist ja nie wieder aber gut die liste art und weise geht es auch dann werde ich dich auf die liste setzen heißt dass ich bekomme jetzt hier täglich eine mahlzeit hier deine ration worum soll ich mich denn noch alles danke und erhalten ein trock mal halten gucken wir mal was wir haben weil das können wir mal gut brauchen und zwar jetzt haben wir den apfel und brot und eintopf und wasser das klingt vernünftig sagt das ist doch kein geräusch okay das wasser lassen wir mal jetzt gibt es hier aber noch geschichte mit dem mann dein mann scheint ja sehr beschäftigt zu sein das ist ja interessant nun das essen muss da schließlich irgendwo herkommen er ist der beste koch hier im viertel dann werde ich ihn ungestört kochen lassen okay das haben wir schon gehabt ich möchte meine ration abholen mal gucken wir ihn nochmal doppelt erfragen ich möchte meine ration abholen du hattest heute schon eine das ist doch kein geheimnis mehr okay gut dann hatten wir ja noch das mit der klamotte ich glaube dann rufus der hinterm haus ist so diesen amasius den hatten wir schon gehabt wie stehts wie soll es schon groß aussehen jeden tag gibt es hier in diesem fraß aus dem armen haus und sonst kannst du halt sehen wie du klarkommst beschwer dich doch nicht das essen ist immerhin kostenlos das ist es ja dieser gabriel mischt dein zeug zusammen das ist nicht mehr feierlich da müsste man ja schon fast schmerzengeld für verlangen so schlimm wird es doch wohl kaum sein wenn du sein zeug mal gegessen hast wirst du das nicht mehr sagen ach erzähl mir nicht sowas er ist von essen nicht gerade begeistert das ist ja interessant so rufus soll hinter dem haus sein ich glaube da nicht dran wenn wir hier reingehen kann man da was sammeln entdeckt was suchst du hier ach geht kann ich ihm auch noch klug das kerlchen das ist ja gothic 1 like die häuser da war ein bürger das ist mal wieder typ sagt mir nicht noch wer für die stadt wirkt mal weiter oh das sieht aber sehr nach bibliothek aus januar und die lassen erstmal fegen so wer ist er hier neodym hey mal fragen ach den kann ich noch gar nicht aktivieren ist das ein krautstampfer hätte man meinen äh hinter dem haus der rum oh man okay hm das ist doch alles mal gerecht das war doch schon vorher bürger bürgerin was hast du jetzt klug das kerlchen so hier haben wir ein schmiedchen das ist aber der wieland wer bist du ich bin wieland bist du schmied ja mit sicherheit ein besseres als du ausgebildet bin ich nicht aber für die täglichen sachen reicht es ich bin jedenfalls lange nicht so teuer wie Arhus wenn du was brauchst komm zu mir kannst du mir etwas beibringen wenn du schmiede lernen willst solltest du zu Arhus gehen mein wissen reicht nicht aus um dich zu lehren ich könnte dir allerdings zeigen wie man stärker wird das kostet dich aber 30 roperi ui roperi ist also die eigene währung dort interessant und was macht jemand wie du im armviertel gehörst du nicht eher ins mittlere viertel da sollte man zumindest meinen aber wenn du da oben kein geld mehr hast um die steuern zu zahlen wirst du nicht mehr willkommen bist du nicht mehr willkommen gegenüber von vanadium hatte ich mal einen kleinen laden ich weiß auch nicht schmieden kann ich aber die wagen unter die leute zu bringen und dann ist der text weg ich hatte einfach nicht die jüdungsstunde lang rumzustehen und kunden zu werben und dann haben sie dich rausgeschmissen ja ich wusste nicht wo ich nun hin sollte also bin ich dann hier gelandet jetzt habe ich wenigstens wieder eine kleine und überschaubare schmiede ich hab zwar noch kleinere sachen für die rekruten oder mal für das freie lager zu tun aber es reicht um über die runde zu kommen dann zeigt mal deine schönen stücke hier sie her spitzhacken spitzhacken nagelknüppel kleine sense niederhammer die stock was für nagel beleg nagel interessant schwerer ast kurzschwert der millets röstklinge ok da sind einige sachen die wir kennen einige auch nicht gut dann ich will lernen 30 roperi mal gucken hab ich wahrscheinlich gar nicht ich will von dir lernen hast du roperi nein noch nicht ohne roperi keine ausbildung ok das war deutlich ja mal gucken oder was haben wir hier das ist wahrscheinlich wieder irgendein haus ja das ist wie landshaus ja ich weiß oh oh hier kann man looten hier passiert nichts hell drüben vielleicht kann man sie essen da kann man sie brauchen oder sonst ja dann ist das hängt was um sich ich hätte das an deine sense und hier ist auch noch was anhängen er hat auf die fall aber ist das deko das ist leider nur deko gut ich erzähle dir doch nicht das war ja viel schlimmer gucken wir mal auf uns ausrichten rüsten können kleine sense schaden 25 benötigte stärke 10 ok dann können wir uns damit schon mal aus rüsten jetzt gucken wir mal gilden los stufe 1 magiekreis 0 erfahrung 50 nächste stufe 500 lernpunkte ok das kennen wir alle schon was können wir denn nochmal schleichen schlösser öffnen taschendiebstahl runen erschaffen gut ok das ist alt bekannt aber ich bin immer noch auf der suchen nach rufus nach rufus wenn er das nicht geht kann ich ihm auch nicht mehr helfen wer ist er denn da ist er da ist rufus hey sagt mir nicht du hast das nicht gewusst bist du rufus das ist mal wieder typisch ja ich bin rufus was führt dich zu mir ich komme von helene ich brauche eine kleidung um ins mittlere viertel zu kommen hast du eine für mich ich habe keine kleidung willst du aber was anderes kaufen ich habe hier verschiedene haushaltsgegenstände nein ich brauche nur kleidung und sonst nichts das hilft mir nicht weiter machs gut warte mal du bist doch ungefähr so groß wie ich also passt dir sicher meine kleidung ich verkaufe sie dir einfach interesse wenn ich mit dem fetzen in die stadt komme sicher so wirst du sicherlich reingelassen kostet dich lediglich schlappe 40 euro peri das ist doch kein geheimnis mehr vergiss es das ist viel zu viel da lässt sich doch sicher noch was anderes machen habe ich recht das ist mal wieder typisch aber eine wichtige botschaft für tristen ich hätte das anders gemacht wenn du sie ihm bringst brauchst du nur 30 euro peri zu zahlen einverstanden so ist es besser hast du die botschaft hier nimm und pass auf dich auf das ist eine schlimme sache worum soll ich mich denn noch alles kümmern das ist mal wieder typisch wo finde ich triss triss ist ein jäger ihn findest du auf dem weg südlich der stadt er lebt dort in einem kleinen jägerlager du brauchst einfach nur dem weg zu folgen und dann wirst du es schon erkennen er redet einfach gibt es denn noch größere jägerlager das habe ich noch gar nicht gewusst tatsächlich gibt es das triss erzählte mir mal von einem als unweit des hafens ist darf darf soll na gut mehr weiß ich aber auch nicht vielleicht fragst du da lieber die leute im hafen als es dich interessiert dann mache ich mich mal auf den weg warum soll ich mich denn noch alles kümmern okay haha okay das heißt natürlich ich darf natürlich wieder triss er soll dir lieber den mond halten überhaupt ja dann gucken wir nochmal ins lock es steht ein neuer anfang ok rufu scheint in geldschwierigkeiten zu stecken er möchte mir seine kleidung für 30 euro peri verkaufen wenn ich triss eine botschaft verbringe das ist südlich der stadt in einem jägerlager schön 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 weiß ich muss raus in die wilde natur und das auf dem nackt das geht gar nicht das ist wahrscheinlich so man weiß gar nicht mehr wem man noch glauben kann das muss man wahrscheinlich so machen man weiß gar nicht mehr wem man noch glauben kann ja ist das so hier dann hier jetzt glaube ich nicht weiter nein da ist ja die mauer beziehungsweise der felsen ich wundere mich über das war doch richtungs ach erzähl mir nicht sowas Cortes Richtung Cortes war das richtig das war so ein komisches Bürger Ovasius sag mir nicht du hast das nicht gewusst haben wir hier noch haben wir noch wichtige leute arbeitsloser mhm armer Bürger naja politisch ist die mod ja schon ne so nach dem motto alle sind sie faul und überhaupt aber gucken wir mal ach da ist der ron der mit dem amerikanischen accent und wer hockt hier rum oh ein klerus wer bist du ich bin bruder klerus suchende des wissens und priester unserer akademie ich suche kleidung um in die stadt zu gelangen kannst du mir dabei helfen das tut mir leid aber ich kann dir nicht helfen doch ich bin mir sicher dass du erfolg haben wirst auf Asun gibt es eine akademie in der tat mein sohn aber sie ist weit von der stadt entfernt warum bist du dann hier diese armen menschen hier brauchen heilung und geistige unterstützung deshalb bin ich hierher gekommen wir kennen keine stadtgrenzen wenn es um das leben geht ich bin heiler und kümmere mich hier um diese armen geschöpfe wenn es dir schlecht geht werde ich dich auch heilen verstehe muss man eben sorry wie schon gesagt die ganzen stimmlagen die denke ich mir gerade eben spontan aus erzähl mir mehr über diese akademie da gibt es nichts viel zu erzählen wir leben sehr bescheiden erforschen die geheimnisse der magie und studieren die geschichte unserer welt außerdem bewirtschaften wir uns selbst und brauen ein vorzügliches bier es heißt dass diese eine heilende wirkung hat und stimmt das du kannst dich selbst davon überzeugen besuche einfach mal unsere brauerei wenn du mehr über uns erfahren möchtest sprich am besten mit bruder satzeros den wirst du oft in der nähe des noten finden dazu müsstest du dich jedoch erst einmal kleidung beschaffen um überhaupt in die stadt eingelassen zu werden und klar so brauchen wir heilung nein brauchen wir nicht weil ich habe ja schon alles ja okay das sind natürlich hier wieder so die lüsternden geschichten wir und überhaupt ja den lassen wir erstmal da hocken bestimmt fertig hier rein hier rein hier findest du die antwort auf all deine sehnsüchte kenn ich dich nein mich willst du auch gar nicht kennenlernen du sprichst einfach mal mit mentula und mach deinen scheiß ich merke mir jedes gesicht ich bin ein okay was mache ich jetzt ich habe gar nicht mal gespeichert soll ich speichern oder okay 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 machen wir mal hier LP ach ja das lustige beim speichern ist das dauert länger als sonst warum das so ist habe keine ahnung also wenn es irgendwann mal rauscht wie jetzt dann dampfe ich gerade also ich finde es eigentlich ganz nett und niedlich gemacht mal gucken ob das irgendwann mal sinn gibt und was das ziel ist jetzt ist er natürlich da gibt mir einen klops und das war's ja super geil du hast noch nicht mal gold dabei ja und warum ja jetzt liege ich da im gras ich arme tor ja ich würde mal gucken vielleicht muss er mir eine runterhauen ach dem verprügelt worden hat die schon ja das war ich übrigens hm 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 wie viel Wasser haben ach so das ist ja praktisch hier haben wir doch den Heinz den Klerus hier so Klerus jetzt kannst du mich mal heilen ich brauche Heilung so sei es Adenos gibt ihm die Kraft diese geplagte Seele zu heilen hier vor allem hier so schön Adenos segne dich bitte geleite deine Kinder durch die Welt und schütze sie mhm wo habe ich überhaupt noch meine meine Waffe kleine Sensor eine sensor reloading shaders ich habe die falsche taste gedrückt warum ja das ist das dxf das habe ich auch glaube ich vergessen zu sagen am anfang dass ich hier die selbst machen so da wollen wir gucken steckt die waffe weg ist kerlchen okay was bekloppt ist er labert mich an und 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 das gibt es doch nicht nur noch mal anlagern du willst sein türsteher sein ich bin ein türsteher zweifelst du daran okay nicht mal im traum dann ist ja gut ja okay das ist also das bordell hier da gehe ich erstmal nicht rein das ist ja hier ablenkung ohne ende ist das hier ein schrein und ist auch ein herz drin ja herrlich kann ich da rein oder sitzt da schon drauf herrlich voll der donnerbalken super klasse was war da drin was ist da drin doch eben was gesehen stand denn da jeder kraut lederbeutel wie soll ich da jetzt rein okay ich habe den lederbeutel ja man hat die fliegen gehört also ein lederbeutel was haben wir denn ein paar münzenklimber da drin 25 und eine botschaft für triss die habe ich noch gar nicht gelesen ich bitte mir noch einmal aus der klemme zu helfen ich stecke wieder in schwierigkeiten besuche mich dann wenn du wieder auf der durchreise ins lager bist bis bald mein freund rufus okidoki ist ja interessant so dann machen wir das gehörschen mal wieder zu machen machen wir uns mal wieder zu wenn das geht geht das jetzt oder geht das jetzt nicht zu doch geht so das muss ja alles ordentlich sein hier finde ich ja mal gucken vielleicht gibt es noch irgendwelche kräuterchen oder sowas hier jetzt habe ich sowas überhaupt noch gar nicht gefunden in der ecke auch nicht das ist der türsteher das ist der kleos das ist nichts lustigen fragen und das hier habe ich für einen kaschern aha und karel da müsste ich mir nämlich noch irgendwas ausdenken ich die dann nachher nach vertone ich würde sagen wir machen an der stelle mal für diesen teil schluss und wenn ihr es bis hierhin ausgehalten habt dann freue ich mich sagt was dazu schreibt einen kommentar oder daumen hoch ich bin gespannt wie es weitergeht ich hoffe ihr seid es auch okay in diesem sinne ich wünsche euch was ciao oh ja